Frage. Wartezeit einer geschiedenen Frau, die wegen des Stillens keine Menstruation hat. Antwort. Sie sollte bis zur Rückkehr der Menstruation warten. Wenn es ihr zu lange dauert, kann sie das Kind von einer anderen Frau stillen lassen oder auf eine alternative Ernährung wechseln, um ihre Menstruation wieder in Gang zu bringen. Sie darf auch Medikamente einnehmen, die ihre Menstruation hervorrufen. Und diejenigen eurer Frauen, die keine Menstruation mehr erhoffen, wenn ihr darüber im Zweifel seid, so beträgt ihre Wartezeit drei Monate, ebenso wie für diejenigen, die noch keine Menstruation haben. Und diejenigen, die schwanger sind, deren Wartezeit endet, wenn sie ihre Last ablegen. Und wer Allah fürchtet, dem schafft der Erleichterung in seinen Angelegenheiten. Die keine Menstruation mehr erhoffen, hiermit sind Frauen gemeint, die die Menopause erreicht haben und ihre Fruchtbarkeit verloren haben. Bei einer stillenden Frau handelt es sich jedoch nur um eine temporäre Unterbrechung der Menstruation.